Das erste Mal in meinem Leben habe ich vom Neubauer gehört, kurz nachdem ich rausgeworfen wurde. Junger Mann, hatte es neben mir gesagt, während ich mich hinter dem Pappständer versteckte. Die Frau sprach mit mir. Marlies zog gemächlich ein Produkt nach dem anderen über den Scanner. Sie wirbte mit dem Fuß. Man hatte Zeit auf Marlies zu warten, Marlies war freundlich. Neben mir aber stand eine alte Frau im braunen Mantel, die sich an ihr kleines Beutelchen von einem Portemonnaie klammerte, und fragte nach den Dürrzwitschken. Ich hatte gerade Backpulver und Vanillazücke ins Regal geräumt. Sie verschwand beinahe im Kragen ihres braunen Filzmantels und fragte schon zum dritten Mal nach den Dürrzwitschken, obwohl sie direkt vor dem Papregol stand, auf dem die Dürrzwitschken zu finden waren. Die alten Frauen fragen immer nach allem, damit sich jemand mit ihnen unterhält. Beim Einräumen hatte ich mich noch gefragt, wer so viele Dürrzwitschken benötigt. Aber alte Frauen brauchen Dürrzwitschken, sobald die weihnachtliche Saison beginnt, und sie stehen direkt davor und sie fragen. Vor lauter traurig und allein fragen sie. Mit dem einzigen Zweck, sich zu unterhalten. Ich war müde, ich war am Vorabend mit Wiesner unterwegs gewesen. Ich wünschte, die Frau würde zur Kassa gehen und sich mit Marlies unterhalten. Marlies machte das gerne. Marlies lächelte für alle. Dann spielt sie wieder unsicher mit ihren Piercings. Ich rieb mir die Augen. Da sah ich jemanden durch die Tür kommen, der mir bekannt vorkam. Hinter dem Mann eine Frau, die mir auch nicht völlig fremd schien, mit einem schreienden Kind an der Hand. Gestern. Ich duckte mich hinter den Papständer. Sie waren gestern dabei gewesen. Nicht das Kind, nur die beiden. Sie dürften nicht an mir vorbeigehen. Sie dürften mich nicht sehen. Wiesner würde es sonst erfahren. Sie würden es Wiesner sicher erzählen. Ich schlich um den Papständer herum, während sie durch die Gemüseabteilung gingen. Die Frau im braunen Mantel rutschte mit ihren ebenso braunen Schuhen hinter mir her. Junger Mann, wo finde ich die Dötzwitschken? Ich griff nach vorne und reichte ihr eine Packung. Kam hinter dem Papständer aber nicht hervor, das Risiko, gesehen zu werden, bei zu groß. Das Kind schrie immer noch, und die Eltern hatten offenbar Schwierigkeiten, sich auf ihren Einkauf zu konzentrieren. Die kleine Familie war an mir vorbeispaziert. Vielmehr wurde das Kind von der Mutter vorbeigezerrt. Ich rührte mich nicht. Die alte Dame bedankte sich, da hörte ich ein Klirren, ich senkte den Kopf, bitte nicht. Aber doch, ich wurde zur Kasse gerufen. Ich rührte mich nicht. Waren es Bekannte von Wiesner? Bekannte der Taran? Wir hatten viel getrunken gestern und sie waren mir irrelevant erschienen. Die meisten Leute haben gar kein Gesicht und die meisten Leute sind irrelevant. Sie standen noch an der Kasse. Ich klammerte mich an den Papständer. Noch einmal wurde ich zur Kasse gerufen. Ich tat keinen Atemzug. Da klingelte mein Telefon. Marlies würde meinen Klingelton erkennen. Ich bemühte mich, es lautlos zu stellen. Ich hätte es im Spind lassen sollten. Das war Wiesner. Wiesner rief immer zum unpössendsten Zeitpunkt an. Ich hörte von der Kasse her noch, du hast die Rechnung falsch gefaltet, dann verließ die Familie den Supermarkt. Das war das Klingeln, das das Fass zum Überlaufen brachte, das war der Kündigungsgrund. Morgen würde ich nicht mehr kommen müssen. Ich wankte am Abend mit einer Tasche voller Bier durch die automatische Tür. An sich dürfte man Abgelaufenes nur im Supermarkt konsumieren, aber Marlies sagte, scheiß drauf. Marlies, die gute Seele. Was sollen sie schon tun? Hat sie gesagt, dich noch einmal rauswerfen? Dann hat sie gelächelt. Da waren schon zu viele Verwarnungen gewesen, weil ich während der Arbeit telefoniert hatte. Schockstarre war keine Ausrede, wir sind hier ja nicht an der Uni. Hier bekommt man einen Rauswurf statt eines Therapiehundes und Plädow. Auf dem Parkplatz habe ich noch ein paar Dosen verschenkt. Ein kleiner Typ im Trainingsanzug zählte sein Geld und es würde nicht reichen. Er soll ein Bier zur Party mitnehmen. Mich hat kein Geld zu haben, auch noch nie davon abgehalten, Party zu machen. In meiner Wohnung legte ich die Dosen in die Schreibtischschublade neben den Billig-Wodka und die alte Weinflasche, die ich neu befüllt und versiegelt hatte, nur drei Dosen stellte ich auf den Boden. Dann bereitete ich das Bett vor, schob den Drehsessel eng an den Tisch, zog die quietschende Klappcouch aus. Für dieses Mal war es vorbei, zumindest beinahe. Ich hatte mich finanziell verausgabt. Wie immer, denn nur der richtige Eindruck zählt. Der Mietrückstand war zu groß und ohne den Job im Supermarkt gab es keine Möglichkeit mehr, das auszusitzen. Übermorgen war der Monatserste. Morgen würde ich also beginnen zu packen. Das kommende mochte unangenehm sein, aber ich hatte in meinem Leben schon Schlimmeres ertragen. Schlimmeres als Wiesner. Ich setzte mich auf das metallisch knirschende Bett und öffnete eine Dose. Man gehe in eine möglichst teure Bar. So habe ich Wiesner gefunden. Die kleine Schildkröte. Er sieht immer aus, als würde er den Kopf einziehen. Wenn man Glück hat, kommt man nach dem Tod in eine Bar, in der man niemanden kennt. Oder noch wichtiger, in der man nicht erkannt wird. Eine Bar ist essentiell. Alkohol ist essentiell für einen Menschen mit meinen Fähigkeiten. Wiesner ist jedenfalls eine Schildkröte. Eine Schildkröte, die mit erstaunlich weicher Stimme einen Old Fashion bestellt. Man kann nicht daneben liegen, wenn man jemanden anspricht, der einen Old Fashion bestellt. Wiesner hat bezahlt, seine Freunde haben bezahlt, niemand hat bemerkt, dass meine Runde ausfiel. Auch wenn ich damals nicht so blank war wie jetzt. Wiesner, das ist jemand, der versucht mit allen Mitteln classy zu sein. Das richtige Neseln, die richtige Nonchalance. Auf alle Fälle war der Mensch schwer zu enttäuschen, was wohl daran lag, dass er trotz seiner 30 Jahre ein Würstchen geblieben war, das einen Erwachsenen anrufen möchte, wenn ihm die Nudeln anbrennen. Wiesner gefunden zu haben, sollte sich als Glück erweisen. Gerade in der aktuellen Situation. Das ist das erste Mal, dass ich mit einer Reisetasche in der Hand an Wiesners Tür klingle. Ich habe vorher nicht angerufen. Das ist auch wichtig. Ein Notfall ist erst ein Notfall, wenn man zeigt, dass die Konventionen außer Kraft sind. Dass man auf die Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts scheißen musste. Jawohl, musste. Schließlich ist es vonnöten, die Situation zu verkaufen. Keine schwarzen Löcher. Keine Lücken in den Erzählungen. Wiesner ist also unvorbereitet. Ich nicht minder. Die Tür geht auf und Wiesner ist überrascht. Wiesner öffnet die Tür und zieht den Kopf ein. Schildkröte, sag ich doch. Quelle Surprise. Erst Freude mich zu sehen. Die kleine Schildkröte freut sich immer, mich zu sehen. Dann der Blick auf die Reisetasche. Sie ist aus Leder, selbstverständlich. Sie sieht teuer aus. Was man zeigt, muss teuer aussehen und billig sein und keinesfalls umgekehrt. Kopf einziehen. Ja, ja, Wiesner eben. Kann ich hier schlafen? Ein paar Tage? Es ist ein Notfall. Wiesner stutzt kurz. Was ist passiert? Frag nicht. Damit sind wir hier auch schon fertig. Ich kenne Wiesner ausreichend lange, um sicher zu sein, dass er keine Fragen stellt. Ich hatte auch keine Zeit, mir eine Geschichte auszudenken. Vertrauen nennt man das. Wiesner vertraut darauf, dass ich wohl schon Gründe haben müsse. Das ist ausreichend. Ich habe Gründe. Fouila. Schließlich kann ich Wiesner ja wohl kaum erzählen, dass ich obdachlos bin. Das ist nicht die Welt, in der ich lebe. Das also nur so in Drenus. Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Jedoch auch nichts zu sagen. Wiesner tritt zur Seite, ich betrete die Wohnung. Zu lügen war gerade nicht notwendig. Wiesner selbst war kein guter Lügner. Er erlitt durch aufgeheimendes Lachen dabei immer sofort Schiffbruch. Ich hatte meinen Mantel auf die Garderobe gehängt. Dieser verfluchte Winter würde endlich zu Ende gehen. Der naive Tropf. Niemals passiert etwas einfach so. Ja, klar, sicher. Ich habe Wiesner erforscht. Das ist recht einfach, es gibt Mitspieler und es gibt Spielzeug. Wiesner ist Spielzeug. Wappliges, schildkrötenhalsiges, schwammiges Spielzeug, das man sich schwer außerhalb einer Badewanne vorstellen kann. Zumindest, was das Soziales betrifft. Wiesners Fähigkeiten in anderen Bereichen sind nicht gering zu schätzen. Geldverlegenheit war ihm fremd. Wiesner also in der Bar. Das sollte ich erklären. Es war so, dass das elende österreichische Proletenpark um ihn herum, alberner kleinstädtischer Landadel, mich einen Pief genannte. Ihr habt ja keine Ahnung, wie ich mich ohne antrainiertes Standarddeutsch anhören würde. Man muss ja nur die richtigen Vorurteile haben. Alle Menschen mit bundesdeutschem Akzent sind Nazis, zum Beispiel. Und in Diskussionen nennt man Menschen, die einem widersprechen, prinzipiell Hitler. Wer einen Old Fashion trinkt, muss ein grässlicher Mensch sein. Damit hatte ich ihn. Er lachte. Die Reaktion war vorhersehbar, obwohl ich noch nicht genug getrunken hatte, um alles vorherzusehen. Ich war nicht zum ersten Mal in der Bar. Man muss schon die Geduld haben, auf den richtigen Menschen zu warten. Auf eine Gruppe Ekliger, sich kultiviert fühlender mit Zwanziger. Der Barkeeper fragt nach meinem Befinden. Schlechten Menschen geht es immer gut. Wiesner lachte wieder. Ich habe einen Old Fashion bestellt. Der Rattenschwanz an Oberschichtskippe dies hielt das Maul. Wiesner war der Alpha-Schwan. Nur zu mir blickte er auf. Ich bin auch ein Stück größer als er. Ich habe ein wesentlich kräftigeres Kinn. Wiesner war eine graue Gestalt. Graue Augen, aschige Haare. Mein Haupthaar war auch dichter und wechselte, ebenso wie meine Augen mit dem Lichteinfall die Farbe, ohne aber jemals fahl zu wirken. Ich könnte jeder sein. Wiesner war nur eine Punkt. Wiesner Haare hatten schon begonnen. Am Kopf auszufallen und auf den Schultern wieder fest zu wachsen. Wiesner hatte mit der Kreditkarte gewiddelt. Wenn man jemand um einen Gefallen bittet, suggeriert man, dass es ein Nahverhältnis gibt. Die Idee echter Freundschaft. Man legt nahe, dass derlei Gefälligkeiten auch umgekehrt möglich wären, dass man um etwas bitten, mehr noch, auf jemanden zählen könnte. Daher ist es gut, auf Wiesners Couch zu sitzen. Das offensichtlich nicht kostengünstige Exemplar eines Wirkunders neben mir. Es gäbe ein Problem. Und er, Wiesner, würde mir schrecklich zu Hilfe sein. Wiesner mochte den Eindruck, den wir in den beiden Jahren unserer Bekanntschaft in der Öffentlichkeit machten. Oh you glorious shitlords. Die kleine Schildkröte würde diesen Eindruck um jeden Preis aufrechterhalten wollen. Es gäbe also ein Problem. Wiesner macht ein besorgtes Gesicht, und ich hoffe auf Whisky, um zu wissen, was in seinem Kopf vorgeht. Es sei besser für ihn, Wiesner, wenn er nicht wüsste, worum es geht. Ich jedenfalls müsste eine Zeit lang untertauchen. Sieh doch, kleine Schildkröte, wie ich auf dich achtgebe. Keine Gefahr für dich. Nur kiss mit. Nichts sonst. Wiesner nickt langsam. Hast du Hunger? Ein Nicken meinerseits. Ich stelle meine treue alte Weinflasche auf den Tisch. Wiesner betrachtet das Etikett. Stellt sie auf ein Regal. Wiesner lässt mich allein im Wohnzimmer sitzen. Wie geht es dir sonst? Abgesehen von dem Nicht-Zuberedenden? Ich mache, obwohl er mich nicht sehen kann, die gleiche abwehrende Handbewegung wie immer. Schlechten Menschen geht es immer gut. Die Handbewegung eine Gewohnheit. Gewohnheiten dieser Art müssen gepflegt werden. Du siehst müde aus. Das war die höfliche Art zu sagen, du siehst scheiße aus. Ich kenne dieses Wohnzimmer schon zu gut von Partys. Die Bilder an den Wänden und die Skulpturen haben die Eltern für Wiesner gekauft. Da stand sogar eine mittelalterliche Maria auf einem Sockel. Geradezu ekelhaft das Teil. Rissiges Holz. Passte überhaupt nicht zu dem modernen, nüchternen Stil der restlichen Wohnung. Ebenso der Dekolle aus Glas. Man wollte mit dem Kauf angeblich einen lokalen Künstler unterstützen. Wertanlage. Hatte Wiesner gesagt. Er traf diesbezüglich keine Entscheidungen selbst. Wiesner war das typische Arztkind. Früher, als Ärzte noch übermäßig verdienten. Wiesner behauptete stets, verschreibungspflichtige Arzneimittel für jeden besorgen zu können. Aber bewiesen hatte er diese Fähigkeit nie. Seine Eltern bezahlten die Wohnung. Jedoch keine Mietfohnung, sondern Eigentum. Davon besaßen sie gewiss noch mehr. Sie bewohnten das Dachgeschoss eines Hauses in der Innenstadt, groß genug für sie und für Wiesner als Einzelkind. Er zeigte auch den für Einzelkinder typischen Egoismus. Für sein Studium wäre es eigentlich nicht notwendig gewesen, auszuziehen. Die Dachgeschosswohnung war auch nicht weiter von der geisteswissenschaftlichen Fakultät entfernt als diese hier. Jedoch keine Mietfohnung, sondern Eigentum. Davon besaßen sie gewiss noch mehr. Ich hätte Wiesner die Einrichtung zu Anfang noch zugetraut, er kleidete sich auch zweifelsohne geschmackvoll, jedoch beschlich mich immer mehr der Gedanke, dass dies alles seiner Mutter zuzuschreiben war. Die helle Wohnung hatte eine eigenartige Raumaufteilung. Am Ende der Rückwand des Wohnzimmers fand sich ein Durchgang zum Schlafzimmer, da beides an der Glasfront lag, und beide Räume hatten eine Tür zum Bad. Man musste also beide Badezimmertüren abschließen, wenn man nicht all eine in der Wohnung war und nicht beim Scheißen gestört werden wollte. Wiesner kam mit zwei Tellern zurück in den Raum. Kellnerische Fähigkeiten, beide Teller mit einer Hand zu tragen, hatte er selbstverständlich keine. Er stellte einen Teller vor mir auf den Wohnzimmertisch. Nur mit einer Gabel, keine Serviette. Nudelauflauf Gelber, käsiger Nudelauflauf Bei Wiesners Partys gab es immer Käseplatte mit verschiedenen Weinen. Und nun, Nudelauflauf und offensichtlich in der Mikrowelle aufgewärmt. Seine Mutter hätte ihn gebracht, sagte Wiesner, und ich erinnerte mich dunkel, dass ich einmal, bei einer dieser Partys, Wodka aus Wiesners Gefrierschrank geholt und gesehen hatte, dass, die Fächer gefüllt waren mit Dapperboxen. Wiesners Mutter sorgte gut für ihn. Ihre Haushälterin kochte. Wiesner sprang auf und verließ das Zimmer, er kam wieder mit einer Flasche Schnaps. Irgendein überkandidetes Biozeug. Aber der Schnaps würde seine Wirkung tun und mir würde leichter sein. Die meisten Leute waren nüchtern nicht zu ertragen. Wobei es nicht wirklich notwendig war, herauszufinden, was Wiesner dachte, es ging nur darum, sicher zu gehen, dass er sich nicht ausgiebig mit den bedrohlichen Gegebenheiten befasste, dass er einfach hinnahm, dass ich seine Hilfe brauchte, und ich ihm als Freund so gut war, dass er keine Fragen stellen würde. Ich musste mich darauf verlassen, dass Wiesners Egozentrismus so weit ging, dass er sich als typisches Arschloch seiner Generation nur für seine eigenen Probleme interessierte. Diese waren allesamt in seiner simplen Erste-Welt-Perspektive angesiedelt, à la, ich hatte zwischen meinen Auslandsreisen gar nicht die Zeit, meine Bilder zu ordnen. Ich durfte mich nur nicht zu lange bei ihm einnisten. Die Lage durfte sich nicht hinziehen. Wie seine ganze Entourage bekannten war auch Wiesner ein Langzeitstudent, der seinen Platz in der Wirtschaft oder Politik sah und glaubte, schon einen Einstieg zu finden, wenn er nur genügend Zeit in die Hochschülerschaft investierte. Nicht, dass er sich im Studium hier mit Wirtschaft oder Politik befasst hätte. Allerdings ließ er nie eine Gelegenheit aus, sich durch die angeblich erfolgreiche Firma seines Vaters hervorzutun. Ein kleines Tochterunternehmen hatte dieser ihm vor einiger Zeit überlassen, dass Wiesner so schnell wie möglich gegen die Wand gefahren hatte. So macht man aus einem Laster einen Mini-Cooper. Ich kippte den kurzen hinunter. Wir stocherten im Nudelauflauf. In der Mitte war er noch gefroren. Ich war noch nie so auf jemanden angewiesen gewesen. Wiesner griff in ein Fach unter dem Wohnzimmertisch und hielt mir einen Serviettenspender vor die Nase. Üblicherweise ignorierte er seine Erziehung erfolgreich, sobald ich anwesend war. Was soll ich sagen, der Mann liebt mich. Er hatte einen Narren an mir gefressen, was das auch immer heißen mochte. Den Serviettenspender hatte wohl auch Mami für ihn gekauft. So, zufrieden, Mutter? Hab dich der Scheißding benutzt? Kannst du meine Freunde fragen? Der leihöfliches Getwie hatte es bislang zwischen uns nicht gegeben. Ich nahm noch einen Schnaps, um Wiesners Gedanken klarer zu machen. Da hörte ich, wie sich ein Schlüssel im Schloss drehte. Mitigener 1 2 3 3 Untertitelung des ZDF, 2020